Hallo ihr zu Recht genervten Menschen, hier ist wieder der Tobi von Hanfner und dieses Video könnte mein Leben verändern, denn ich werde euch jetzt gleich etwas versprechen, das ich dann auch, ich hoffe nicht einhalten muss, aber wenn es so kommt, einhalten werde. Ich mache ja seit vielen Jahren Aktivismus und setze mich für die Freigabe unserer Lieblingspflanze ein. Und jetzt ist angekündigt, dass in der Kalenderwoche 50 abgestimmt werden wird im Bundestag. Und ich weiß, ich war schon oft euphorisch, ich habe ja schon manchmal Dinge auch prophezeit, die nicht eingetreten sind. Aber ich möchte jetzt noch ein letztes Mal daran glauben, ich habe wirklich intensive Einblicke bekommen und ich glaube nach wie vor daran, dass das umgesetzt wird. Ich verstehe eure Zweifel und ich kann die auch absolut nachvollziehen, aber ich möchte, dass wir jetzt alle noch einmal hoffnungsvoll diese, was sind es, vier Wochen etwa abwarten. Ich werde dann an diesem Tag in Berlin stehen und ich möchte, dass wir das feiern werden, so wie ich es schon angekündigt habe. Ich mache dafür jetzt bald richtig Welle. Ich möchte, dass wir da stehen und uns in den Armen legen. Auch wenn, ich wiederhole mich da noch mal, es für manche sicherlich kein Feiertag ist und diese neuen Regeln alles andere als das sind, was wir uns erhofft hatten und was uns eigentlich auch versprochen wurde. Aber das ist jetzt nun mal so gekommen, da brauchen wir jetzt auch nicht mehr lange rumkritisieren. Ich hoffe, es kommen Verbesserungen, ich glaube auch daran und das Ganze in Kalenderwoche 50. Sollte an diesem Tag dann nicht abgestimmt werden oder die Abstimmung sogar scheitern, dann hoffe ich, haben wir alle eine Trillerpfeife dabei, holen dann vielleicht doch noch unsere Schilder raus und protestieren direkt mal lautstark vom Bundestag. Und dann, jetzt kommt mein Versprechen, liebe Leute, und dann wird sich mein Aktivismus ändern. Ich war bis jetzt wirklich immer lösungsorientiert, zielorientiert, kompromissbereit. Aber wenn die das jetzt nicht gebacken kriegen, meine lieben Leute, wenn die das jetzt wirklich nicht gebacken kriegen, dann werdet ihr ja einen anderen Tobi von Hanfner erleben. Das verspreche ich euch. Es ist das letzte Mal, dass ich diesen Worten der Politikerinnen und Politikern Glauben schenke. Ich möchte ihnen aber jetzt noch einmal glauben. Ich möchte daran glauben. Ich möchte optimistisch und hoffnungsvoll auf diesen Tag warten. Und ich hoffe, viele von euch können mit mir hoffnungsvoll auf diesen Tag warten. Und dann werden wir zusammen einen historischen Tag feiern können. Das glaube ich. Davon bin ich sogar überzeugt. Und ich weiß, dass das Wort jetzt euch schon wieder eher triggert. Ich habe hier drunter gelesen, oh, war ja, Tobi, wenn du überzeugt bist, dann habe ich schon wieder ein bisschen Angst. Das kann ich nachvollziehen. Natürlich ist mein Optimismus nicht immer für jeden das Richtige. Und ich will noch einmal betonen, wenn das dieses Mal nicht klappt, liebe Leute und liebe Bundesregierung, dann werde ich ein anderer Mensch werden. Zumindest was meinen Aktivismus betrifft. Dann werde ich laut und dann werde ich direkt und dann werde ich Salz in die Wunden streuen. In alle, die ich finde. Es reicht jetzt. Ihr hattet verdammt nochmal über zwei Jahre Zeit, hier ein Gesetz zu machen. Und jetzt verschiebt ihr und verschiebt ihr und verschiebt ihr. Ist doch klar, dass euch kein Mensch mehr glaubt. Es ist doch total nachvollziehbar, dass euch kein Mensch mehr glaubt. Ich kann das total verstehen. Wenn ihr das jetzt noch einmal verkackt, das sage ich euch, dann glaube ich euch auch nicht mehr. Dann glaube ich euch auch nicht mehr. Wo das hinführen wird, weiß ich wirklich auch nicht. Aber ihr regiert unser Land verdammt nochmal. Ihr solltet für die Belange der Bürger euch einsetzen. Und ihr habt verstanden, zumindest sagt ihr das, was die Problematik ist. Und ihr tut nichts. Das ist echt frustrierend. Und ich kann euch eins garantieren. Wenn das dieses Mal nicht klappt, dann kriegt ihr so viel Frust ab. Dann kriegt ihr so viel berechtigten Frust ab, dass ihr hoffentlich nicht mehr so gut schlafen könnt. Denn es ist Unrecht verdammt nochmal. Ihr habt es selber anerkannt. Und ihr ändert es nicht. Ihr verschiebt und verschiebt und verschiebt. Es reicht jetzt langsam. Es ist das letzte Mal, dass ich euch irgendwas glaube. Und ich möchte nicht, dass die ganzen Zweifler und Nörgler und Pessimisten, die ich verstehe, aber ich möchte nicht, dass die Recht behalten. Denn das Ganze wird sich auf unser Land auswirken. Die verlieren jeden Glauben an die Politik. Die Politikverdrossenheit nimmt immer mehr zu. Und ich glaube, ihr habt auch ein Anliegen daran, dass das nicht passiert. Also, liebe Bundesregierung, liebes Gesundheitsministerium, Arsch hoch, bringt die Verbesserungen in das Gesetz, die zwingend notwendig sind. Und dann verabschiedet den ganzen Murks in der Kalenderwoche 50, damit wir alle vor dem Bundestag eine fette Party feiern können. Das wünsche ich mir. Und da glaube ich dran. Und gnade euch Gott, wenn das nicht passiert. Das will ich einfach mal so als Drohung aussprechen. Mit einem Lächeln im Gesicht. Aber ich bleibe dabei. Wir paffen das. Ich wünsche euch einen wunderschönen Sonntag.